Heute habe ich eine tolle Idee und zwar mit Toilettenpapierrollen. Ich habe hier ein paar Geschenkpapierrollen, die mir immer aufgehen und da habe ich mir überlegt, wenn man die Rolle einfach so gerade durchschneidet und sie um das Geschenkpapier wickelt und das Ganze nicht mehr auseinander. Hier haben wir zum Beispiel das rollt sich immer wieder auf, damit es nicht aufgeht. Dann nehmen wir die Rolle, einmal durchschneiden und überziehen und sie rollt nicht auf. Das könnt ihr eigentlich mit euren ganzen Rollen machen und dann habt ihr eine tolle Ordnung.